Ein herzliches Willkommen zurück zu Limbo. So, jetzt, was müssen wir hier machen? Wir ziehen mal an dem Hebel, würde ich sagen. Und es passiert... ... dass die Räder sich in eine andere Richtung drehen, die ich dadurch auf dieses Ding hüpfen kann, oder auch nicht hüpfen kann. Jetzt warten. Nicht so ganz nach oben, mein Freund. Oh, genau, so. Kann ich hier hin? Und dann kann ich was machen? Hä? Shit, Dreck. Ich hab's, ich hab's, glaub ich. Also, in die Richtung. Dann in die Richtung. Ne, warte, ne. Ne, nicht so. Bis es sich dreht. Jetzt in die Richtung. Oh, Mist. Aber ich hab's, glaub ich. Also, nochmal. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Oh, jetzt hab ich... So war das nicht gedacht. Ne, und so auch nicht. Ah, jetzt hat er wieder nicht. Ne, das reicht. Warte mal, ich muss das so machen. So. Ne, so nicht. Boah, das ist ja ätzend hier. Also, das Problem ist jetzt eigentlich nur, den richtigen Moment da abzupassen. Dass ich auf dieses Drecksding hüpfen kann. Ne, das ist zu weit, also. So. Ah, shit. Genau so. Perfekt. In ein Capsule. Wollen wir mal aufpassen. Gut, geschafft. Jetzt kann ich das wieder drehen. Was ist jetzt? Hm, B-ma. Okay. 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 Wir werden, wir machen das anders. Genau. Wir schieben dich hier hin. An den hier. An den hier. An den hier. Boah, war das knapp. Aber es hat funktioniert. So, was machen wir mit dir? Ich schiebe dich jetzt mal. Kann ich dich auch hier hin schieben? Hier hin. So. Warum ich das mache? Keine Ahnung. Ich habe mich jetzt nicht gerade. Oh. Oh. Jetzt hat er aber jemand richtig Dusel. Was mache ich mit dir? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Was mache ich mit dir? Ja. Kann ich dich so rüberschieben? Ja. Oh, kann ich dich vielleicht rammen? Mal das mal. Mit Sprung? Karo? No. Okay, jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Muss ich ehrlich sein. Was passiert, wenn ich jetzt hier Strom anmache? Strom ist an und was bringt mir das? Was bringt mir das? Was mache ich mit dir? Hier ist... Da oben kann ich auch Strom anmachen. Okay, hier ist ein Stromzeichen. Keine Ahnung. Also, wenn... Moment mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Bin ich jetzt? Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich schiebe das hier hin. Gehe hier hin. Hüpfel drauf. Hüpfel drauf. Er geht hier... Nach hinten. Ich lege es um. Es geht nach oben. Er nimmt... Anlauf. Und... Ich schaffe es nicht. Ich hätte schwören können. Wir probieren es nochmal. So von der Idee ist es, glaube ich, nicht dumm. Ich mache es aber vielleicht von der anderen Seite. Ich mache es jetzt mal so. Ja. Okay. Ich habe recht. Okay, komm her. Okay. 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 So, jetzt machen wir es so. Zack. Du kommst jetzt hier hin. Du rollst jetzt hier hin. So, zack. Ich komme jetzt nach oben. Schnell, 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 schnell. Ne. Zu spät. Warte mal. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? So, vielleicht. Ne. Ich nehme ein bisschen. Und wie... Ach, ich weiß es noch nicht so genau. Mensch. Wo? Jawoll. Boah, was für eine Geburt. So, was mache ich? An den Hebel springen. Auf das Ding hüpfen. Und... Er fährt. Okay, alles klar. Was muss ich machen? Nicht. Nein. Gott, war das dumm. Jetzt muss ich die Scheiße nochmal machen. So eine Kacke. Okay. Okay. Ach nein. Ich muss doch dieses Ding runter schicken. Oh, fuck. Okay. Scheißen. Dreck. Oh, macht mich das wahnsinnig, dieser Kacke. Ja. Okay. Also. Drunter schieben. Nicht runter klettern von dem Kackwagen. So. Also. Zack. Zack. Och, nee. Was mache ich denn da eigentlich gerade? Also, das werde ich jetzt böse. Mit mir selbst. So. Jetzt warten wir, bis das Ding... ...ungefähr bei... ...dem ist. ...finde ich gemisslich drauf. Überhaupt kein Problem. Alles locker vom Hocker. So, jetzt aber. Das ist überhaupt nicht unheimlich. Ich wollte mich halt vorducken. Ich mache jetzt lieber mal ganz schnell den hier. Boah. Boah. Mehr will ich aber von diesem Zeug nicht haben, ne? Leute, das wisst ihr. Okay. Eine Idee habe ich. Okay. Ich brauche Zeit. Ja, klar. Wie soll das gehen? Aber da würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dennne. Tschüss. Funke jetzt. Fürs. Wie soll das? Ist. ososos. Was?